Ihr wollt wissen, was ich mit dem Quarz vorhabe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, beim letzten Mal haben wir hier oben, ja ich weiß, es war ein Wochenende dazwischen, da kann man schon mal vergessen, was war. Dafür gesorgt, dass ich nicht einfach hier hinten runterfalle und wir haben ein paar von den Eumels hingestellt, aber noch nichts eingestellt oder sonst irgendwas. Heute liegt an, wir brauchen Quarz, damit wir uns unten endlich unten die Schilder drin machen können. Und das habe ich jetzt vor. Wir quazen eine Runde. Und zwar brauche ich dafür drei Raffinerien, die wir da vorne hinstellen. Für die Raffinerien brauche ich aber nochmal, das sollte reichen, das reicht nicht und das reicht auch nicht. Und wir brauchen noch das andere Zeug. Also, wir gucken mal wieder, wo was ist. Wir werden es finden. So, wie war das mit den, fliehen wir nochmal nach, davon brauche ich nur 10 und das reicht locker. So, also 3 haben wir gesagt. Jetzt ist nur die Frage, stelle ich das quasi hier hin oder stelle ich die wirklich ganz da vorne hin? Ich glaube, ich stelle die wirklich ganz da vorne hin. Okay, da müsste ich... Funktioniert das von hier aus? Ja, funktioniert. Okay. Wir stellen uns drei Raffinerien hin. Und zwar stellen wir uns hier an die Kante. Und gehen relativ nah an die Gleise. Und zwar hier hin. Und sagen, wir möchten gerne ab... Sag mal. Da hin. Da hinten stört es nicht. Wir reden von der Ecke. Wirklich genau auf der Ecke. Ja. Aszene. Das muss ich mir jetzt angucken, wie gut sieht denn das hier oben aus. Der ist hart. Macht aber nichts. Wenigstens haben wir genau den Scheitelpunkt der Kurve erwischt. Das ist doch auch schon mal schön. Äh, okay. Hier wäre er gewesen. Fast genau. Alles okay. Damit lebe ich jetzt. Komm ich bitte. So. Mach ich dann ganz bescheuert. Ich brauche halt 2,286. Das ist ganz bescheuert und mach den hier auf die 2,86. 0,286. 2,86. Also. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen dieses Rezept. 28,6. 15,01. Wir haben da 120. Wieder raus sollen. Scheiße. Wir waren die anderen. Also ich kann mir vorstellen, dass es genau 15 sein sollen. Hier. Passt. Der Kollege. 52,5. Sind 100. Ja, passt. Also dann gönnen wir uns auch den Spaß, dass der mittlere, der passt, tut. Mach ich das jetzt? Ziehe ich denen noch dieses eine Stückchen darüber? Just for the lols. Wie es so schön heißt. Wir packen die drei wieder drauf. Wählen den Spaß dann auch aus. Gehen hier hoch. Und setzen das genau. Das ist mies. So. Da habe ich einen weggemacht. So. Okay. Zweiter Versuch. Hier ist genug Platz. Du bist voll. Du bist... 15. Und du bist... Und du bist... Sehr gut. Dann brauchen wir hier Wasser. Und zwar... Machen wir dem Wasser... Machen wir dem Wasser da hin. Da Wasser hin. Machen wir das schon. Da Wasser hin. Dann stellen wir uns aber auch direkt hier die Splitter da unten hin. Vielleicht wollen wir alles auf der gleichen Ebene haben. Ähm. 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 Machen wir eben so fertig. So. Da hin. Wasser. Wie viel Wasser brauchen wir denn dafür? 85. Okay. Hopp. Hopp. Dorthin. Dorthin. Und... Dorthin. Und dann geht der Splass. Da rein. Da rein. Da rein. So. Den Splass haben wir angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch Strom hinkriegen. Strom machen wir in dem Fall aber relativ spartanisch. So, so, so. Und dann kommst du hier vorne hin. Und dort aus. Und dort aus einmal hier an die Kante. Und dann. So. Das läuft schon mal. Dann setzen wir uns. Das Wasser. Hier machen wir das Wasser. Also den Container nehmen wir jetzt gleich da weg. Macht das hier Sinn? Das macht hier Sinn. So, hätten wir es gerne. Und genau so. Dich. Komm her. Ja. Danke. So. Was haben wir denn da drin? Irgendwann hat alles mit. Ich behaupte mal nein. Mach da erstmal leer. Das ist jetzt natürlich blöd, dass der genau mittig ist. Wenn wir dich hier hin packen. So blöd ist das gar nicht, weil wir müssen den anderen Spasschen nachher auch da hinten hinbringen, weil den brauchen wir da oben. Alles gut. Wir müssen nur gucken, dass wir dich hier auf diese Mittellinie setzen. Wasser. Wie machen wir Wasser? Wie machen wir Wasser? Ja, ist genau dieser Container irgendwie. Haben wir noch genug? Perfekt. Und du kommst und da setzen wir den drauf. So. Und tschüss. So. All der Spaß darüber. Dann können wir hier oben drauf nämlich Wasser legen. bis zum Alter nie. Bis zum Alter. Bis zum Alter. Los jetzt wieder los. Bfind das nicht. Wim screw das입니다. Bis zum Alter. Okay. Das ist die Frage, eigentlich können wir uns das, wenn der weg ist, da unten aus dem unteren Rohr holen, hier reinsetzen, fertig. Dann wird dieses Rohr hier so ein 300er. Wobei, da können wir auch mit 600 weggehen und dann den Rest nachher unten rumlaufen lassen. Müssen wir mal schauen, aber so weiß ich wenigstens, da unten ist schon mal, hat sich was geändert. Okay, du brauchst noch einen Moment. Du bist auch fleißig am Machen hier. Oh, guck mal, du bist schon fast leer. Du bist so leer, dass ich dich eigentlich wegräumen könnte. Aber das kann ich zum Beispiel da reinsetzen, weil dann brauche ich definitiv nicht mehr. So, ein bisschen, zack, fertig. Weg mit dir und mit dir. Dann schnappen wir uns den Kollegen. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig doof hier. Das ändern wir. Da hin. Da hin. Da hin. Ich muss mal gleich schwarz machen. Machen wir auch jetzt direkt als erstes. Schwarz. Ähm. Ähm. So ist gut. Das geht da hinten hin. Das ist jetzt auch hoffentlich schon in den Apparellos drin. Gucken wir mal nach. Wie sieht es denn aus? So liegt es voll an. Perfekt. Ich weiß bei dieser Musik immer nicht, ob unten irgendwo wieder, sondern wie ist es da rumspeisen? Oben oder sonst irgendwas. Ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwie so ein Vieh am rumspucken ist. Das ist doch perfekt hier. So. Wenn wir die umgeändert haben, das Öl, dass das hier runterkommt. Obwohl ich das da hinten brauche. Das ist noch so eine Geschichte. Eigentlich möchte ich das Öl gerne auf diese Seite runterkommen lassen und dann auf die Höhe da bringen. Das wäre natürlich optimal, wenn Update 7 schon soweit wäre. Moment. Ich habe Dinge, die kann man immer mal gerne ausprobieren. Aber nein. Wir machen es wirklich mit einem Update. Kommt ja auch erst im November. Vielleicht müssen wir dann noch mal ein bisschen umbasteln. Aber das werden wir dann sehen. So. Wie sieht es hier bei dir aus? Du wirkst. Wer? Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich wäre eigentlich die Frage, warum ich nicht einfach das Zeug, was da drin ist, in den packe. Und von da nach da hinten rein. Weil dann wird das einmal schön da ganz hinten reingestapelt. Fertig. Auf geschissen. Das glaube ich. Was haben wir hier eigentlich drin? Alten möglichen Scheiß. Okay. So wie ich es gemacht habe, war es doof. Ähm. Wir wollen hier. Jetzt muss ich hier hoch gehen. So, Quarz. Jetzt ziehen wir jetzt wieder durch. Einmal hier rein. Einmal hier rein. So, wo fangen wir denn rein? Ist ja letztendlich vollkommen schick egal. Der ginge da hoch, da runter, da rüber, da rüber. Okay, irgendetwas fliegt da ein bisschen seltsam. Ach, das sind die Fallschirme. Okay, die dürfen so seltsam fliegen. Ja, komm. Aber dann läuft das da hinten schön leer. Und wir haben den Mist weg. Der wird jetzt einmal ordentlich einsortiert. Alles toll. Perfekt. Die können wir uns sogar schon nehmen. So. Läuft schön. Passt. Kann ich mir zurückgeben. Das sieht jetzt hier aus. So. Mach weg. Passt. Sehr gut. Packen wir jetzt den Quarz erstmal mit da rein, dass der da hinten... nicht. Obwohl, dann bist du zu schnell voll hier, ne? Und hier muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass mir nicht alles überläuft. Aber halb so wild. Was geht da rein? Okay. Wie sieht es hier hinten aus? Ja. Hm, der ist nicht auch schon voll. So rum. So rum. So rum. So rum. So rum. So rum. Und auf der Rückseite. Okay, was läuft hier hin? Passt. Die stehen auch ausgerechnet da oben an. Das ist noch die Frage. Was ist hier runter? Darüber? Ja, passt. Okay. Dann haben wir das. Dann ist hier auch wieder mehr Platz. Dann kann ich auch den Quarz da reinleihen. Irgendwo hatte ich hier zwei Dinger, die leer waren. Ja, super. Genau. Volltreffer und dann vorbeigesprungen. Nee, nicht du. Du hast... Guck mal, da braucht es. Äh, Aluminiumgehäuse. Brauchen wir im Moment nicht. Wir packen erstmal Quarz hier rein. Das fängt mit Kuh an, ne? Es wäre einfacher, danach zu filtern. Dieser Quarzkistall. Weil dann können wir das ruhig machen. Das läuft hier schön alles durch. Und bis wir das wirklich brauchen für Quarz-Oszillatoren. Das ist ja noch ein bisschen hin. Dann gehen wir gerne in die Richtung. Nur, dann läuft das hier schon mal ein bisschen schön. Und dann ist doch gut. Ja, doch. Die Frage, ob ich hinten nochmal... Also ganz am Ende doch nochmal einen Schredder setze oder so. Warum? Ah, warum? Ah. Okay. Ich kann da so ein bisschen leer laufen. Ich hätte jetzt auch den da anschließen können. Man müsste sich das zwar den ganzen Spaß teilen, aber ey, was soll's. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Du machst so langsam. Du bist gleich leer. Sehr schön. Das ist ja eh nicht so viel. Gibt's bei dir aus? Ist schon leer. So, immer mal ein bisschen was dazwischen. So wollen wir das haben. Passt schon. Ja, perfekt. Hätte ich sogar noch ausprobieren können, ob da die 120er Leitung reicht. Und es wird zurückstaut. Ähm, wie sieht's denn hier aus? Du bist damit dran. Das heißt, du wirst gleich leer sein. Okay. 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 Wenn der hier weg ist, kann ich das abbauen? Aber ehrlich gesagt. Aber ehrlich gesagt. Fällig. Das stört mich jetzt so nicht. Also weg damit. Ne? Ups. Auf gar keinen Fall machst du mir da was raus. So. Dann haben wir den Spaß schon mal erledigt. Ist der erste Container von den beiden leer. Einmal ein bisschen aufräumt. Hat doch auch was, oder? Mal so ein bisschen aufräumt. Was man hätte auch machen können, wäre so das ganz andere Material, was man hier noch irgendwie hat, um eine zweite Reihe drüber setzen und dann einfach auf der einen Seite rausgehen lassen. Hätte zwar mit dem ersten nicht so gut geklappt, wobei das hätte man nach da rauslaufen lassen und dann oben einmal um die Ecke. Das wäre auch gegangen. Aber so genau wollen wir es ja nicht. Äh, genau. Jetzt weiß ich wieder, was wir eigentlich mal machen wollten. Das wird wohl nicht mehr klappen zeitlich, oder? Da bin ich falsch. Da bin ich auch falsch. Aber, ups. Da bin ich dann richtig. Da bin ich nirgendswo richtig. Da bin ich richtig. Dann nehme ich die ersten 200 Mal da raus. Wir können es ja mal versuchen. Also, Schilder. Wenn ich unter Organisation. Wir brauchen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Da fehlen mehr Eisenplatten. Auch schön. Ich hätte noch Eisenplatten drin. Okay, also da hinten ist Gemischtwaren. Was haben wir hier? Ähm. Ne? Die Kollegen? Äh. Aluminium. 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 Platten. So. Hier haben wir noch nichts. Aluminium. Ah. Was hier haben wir? Ich bring den hier nicht rein. Eigentlich müsste ich mal gucken, dass ich von da hinten das Zeug auch irgendwie da drauf bringe. Ich fände da die Leitung. Die könnte ich mir vielleicht so rumlegen, dass der ganze Scheiß, der da hinten ankommt, unsortiert einfach hier reingeballert wird. Fertig. Da brauchen wir mal einen Eisenstangen. So. Okay. Die Idee versteht ihr. Ich verstehe nicht, wie dieses System funktioniert. Ist auch gut. Bild auswählen. Ah. Ja. So. Äh. Ich würde vorschlagen, ich mach das jetzt hier fertig. Und ähm. Ja. Und dann sagen, war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumenberg. Großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Gäffchen. Tschüss. 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 Tschüss.